Erst hol ich den Kristall und dann guck ich, was hier passiert. Im Videospielformat sogar. Oh Mann, das war es fies. Das muss man alle kriegen. Oh, wir haben sie alle bekommen! Jaaaa! Okay, weiter, weiter, weiter. Du hast kein Leben verlieren. Du hast kein Leben verlieren. Den hab ich nicht vor. Oh, das läuft so gut. Boah, das sieht voll schön aus. Jaaaa. Es erinnert mich an WoW. Ah, du meinst dieses Lavagebiet. Nein, nein, die erste Eni auf der Hornseite. Ah, du meinst den Feuerschlund. Ja, genau. Feuerschlund? Ja, ich glaub, da ist Feuerschlund. Den Ragefire abkommt. Ja, genau. Guck mal, was da unten lauert. Ah, ein neuer Dinner! Ich glaub, wir haben alle. Nein, nein. Hätte ich da nach rechts können? Nein, nein, ich glaub nicht. Oder? Keine Ahnung. Das sah so verdächtig aus. Ja, ne? Irgendwo schon. War klar, dass das Gras... Oh mein Gott! ...dass das Gras noch eine Rolle spielen wird. Hast du dich aufgehalten? Oh, Gistenfetischisten. Ja, was? Gistenfetischisten? Gistenfetischisten? Gistenfetischisten, ach so. Oh nein, aber ne Kiste! Ich muss zurück. Wir werden uns zwei Kisten jetzt fehlen, ne? Mann! Nein, Mann! Weil du mich abgelenkt hast mit deinen blöden Kisten. Mhm. Immer ich. Benni gut? Werbung? Cool. Ne, wir haben kein TV hier, also kennen wir es nicht. Oh! Wir gucken kein Fernsehen. Ja, wir haben kein Fernsehprogramm. Fernsehen ist überbewertet. Aber das ist doch ne Kacke. Und die Werbung verdummt. Ah! Was tust du? Es sah da Kisten aus. Es waren auch Kisten, so gesehen. Ganz streng genommen waren es Kisten. Müssen wir mal hingucken. YouTube-Werbung. YouTube-Werbung? Keine Kiste. Mann, Entschuldigung. Ich steh hier voll unter Druck. Mhm. Mann, das ist... Mein Finger rutscht ab. Scheiße. Ich hab's geschafft. Du kannst auch auf dem Rand davonlaufen, ne? Okay. Was passiert hier? Okay. Schneller! Nein! Nein! Eine Kiste? Dein Ernst? Egal. Also die Nitro-Kisten zählen nicht bei den Kisten mit dazu. Ich hab sie nämlich nicht zerstört. Ja, aber die werden zerstört mit... Die werden zerstört? Dann war ich noch so drauf springen gehen. Ich hab ihn aber nicht berührt. Die sind Würfel. Ähm. Was wollt ihr jetzt sagen? Ja eben. Was? Was hat man YouTube, wenn man sehr viel fernzieht? Okay. Zwei, weißt du ja wie? Ja, wir haben schon nur zwei Level alle Kisten. Ja, aber das ist das, was man hätte kriegen können. Ach so. Pass auf. Siehst du? Oh, Tatsache. Oder vielleicht ist er mit Fabi da gemeint. Kann sein. Oh yeah! Die sind auch... Ich glaub das... Ja genau, das fährst du auch. Das fährt auch das Mädel, das Level. Ja? Mhm. Das darf auch das Mädel fahren. Ich glaub da gibt's dann auch so Rennen-Level. Wo Crash Autorennen fährt. Cool. Die sind auch geil. Und so richtige Aladdin-Level. Okay. Die gibt's auch. Also da kommen noch richtig coole Sachen. So viel Äpfel. Es ist so viel Bumpafrüst. Achso, das haben ja keine Bumpafrüst. Was ist denn L? L für Kunststücke. L für Kunststücke. Ah, okay. Oh, das extra Punkte. Fass auf, Bombe! Ich versuch da jetzt mal nix groß zu sammeln. Ja, muss ich einfach mal erstmal durchzukommen. Oh, guck dir mal das Ding da vorne an. Das ist ja cool. Das Piratenschiff? Ne, ne, da. Rechts da ist der. Oh, da die Höhle. Der Typi. Ich glaub, da fahren wir da auch rein. Ich weiß es nicht mehr. Ja! Das Piratenschiff ist auch geil. Oh, mies. Mies. Das ist ja alles von Ihnen hier. Wow, mies. Der gehört die ganze Welt dem Typen. Pass auf, du hast den Checkpoint-Bump. Fast, okay. Dreh um, dreh um! Wenn das mit Timer wäre, wäre es ein bisschen mies. Pass auf, Bombe! Oh mein Gott, die Bomben rollen sogar. Die schießen die Schiffe frisch raus. Ah, na! Ja, aber wir fangen jetzt nicht wieder damit an mit diesem Thema. Nein. Nein. Ich kann mir denken worum es geht und nein. Ja, hä? Es ging um all die bösen Themen. Los, hol die Kissen. Yeah! Pass auf! Oh Gott, pass doch auf! Das schaffen wir! Das erinnern wir mich an Anime-Kissen mit Absperrung. Was tust du? Ich bin den Bomben ausgewichen. Hast du schön gemacht. Sehr graziös. Grazil? Grazil. Grazil. Heißt noch, ich spring da nicht drüber. Delikaziös. Grazil. Ja. Okay. Aber echt Cheater. Cheater! Warum? Ähm. Oh! Okay. Okay. Wenn das so einfach geht. Oh mein Gott! Ah! Okay. Hey, der Cheater ist wirklich. Das ist nicht cool. Da waren so viele Kästen! Egal! Oh, die bewegen sich. Pass auf! Oh yeah, wir dürfen ... Oh, da ist das Level schon zu Ende. Oh, die sind echt easy bis jetzt. Skill ist vorhanden. Hm, ja. Ja. Okay. Krieg ich auch eins? Wie, wir nehmen was zu ernst. Was willst du, was eins? Ach so, eins davon, ja. Ne, der meinte, wir nehmen nichts zu ernst. Gar nicht wahr. Äh, ja, wahr. Was laberst du? Oh yeah! Guck dir das an! Da bitte! Dankeschön! Yeah! Erste Welt fertig! Ich sag doch, wir spielen das in drei Stunden durch. Ja, mal gucken, vielleicht komm das jetzt wirklich durch. Wär doch geil! Und extra langer Stream. Und morgen ist Montag. Okay. Oh, schmeckt das heute so komisch? Ist das eine komische Mischung? Nein, das ist ganz normal. Ja, vielleicht wegen der Schokolade. Hm? Teeny-Teig! Oh, cool! Guck mal! Hm? Oh nein! Okay. Oh nein! Ich will das nicht. Schicke Schuhe. Wie die alle... Sind das ihre Augen? Oder sind das ihre Brillen? Das ist doch irgendwie unnötig. Das sind Brillen. Ah! Das ist so gemein. Er hat eine Waffe und ich nicht. Also, das war aber damals... Ah! Gut! Ich wusste nicht, wo er aufprallt. Das weiß ich voll wie das geht. Haha! Das ist so gemein. Oh, ja. Ich glaube, er hüpft einfach nur rum und... Nein, ich glaube, er hüpft immer dahin, wo ich war. Oh, und jetzt? Schnell, schnell, schnell! Er scheint immer dahin zu hüpfen, wo ich gestanden habe. Ja, dann hatten wir noch einen zweiten Teil auch als Boss. Ja, da ist er von... Von den Plattformen! Genau, da ist er auch immer dahin hüpfen, wo du warst. Das ist ja geil. Wenigstens springt er in der Zeit nicht von oben runter. Das wäre echt mies. Aber das würde ich dem Spiel zutrauen. Ja, der Start ist bis jetzt echt gut. Wir sind schon beim ersten Boss. Das ging echt flott. Und sind noch nicht gestorben, richtig. Wir haben noch kein Game Over gehabt. Ja, das stimmt. Und wir haben Leben gesammelt. Okay, jetzt kommen wieder Löwen. Mh, wahrscheinlich sogar mehr. Ja. Es werden immer mehr. Okay. Aber die haben mittlerweile echt weniger Leben, die Busse. Okay. Das ist ein bisschen schade, irgendwie. Ich muss mich gerade konzentrieren, sorry. Mh, mach wohl. Ah! Du bist dann nämlich schon gleich tot. Ah! 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 Blablabla! Blablabla! Was machst du da? Ich mach Kampfgeräusche. Boah! Irgendwie... Gibt's da einen Schwierigkeitsgrad oder so? Ich spiel mir grad auf Kiddies. Drücke für einen stärkeren Bauchknatscher X zum Springen und drücke an der Spitze durch Punktkreis. Guck dir raus. Das ist irgendwie Leichenschändung. Das war mies, der arme Kerl. Gut, weiter geht's. Ab ins nächste. Schrubididabidi. Wir waren nie so schlecht. Ja, gut. Das sind keine Kampfgeräusche. Das sind Rapids-Tar und Paarungsrufe. Das haben wir ja schon mal festgestellt. Das ist seltsam, wenn das von meiner Let's-Play-Partnerin kommt, oder? Aber wir haben das letzte schon festgestellt. Oh mein Gott. Ihr habt Tiny besiegt und das Tor zum nächsten Zeitreisegebiet freigeschaltet. Geht zurück zur Mitte dieses Zeitstrudels und speichert euren Fortschritt, wenn ihr möchtet. Dort werdet ihr sehen, dass das Tor zum zweiten Zeitreisegebiet offen ist. Er sieht anders aus. Akku, Akku. Oberdugger. Er redet auch. Hm. Stimmt. So, ich speichere jetzt erstmal. Okay. Speichern. Hier. Ah, der hat schon gespeichert? Ja. Gut. So, da habt ihr es, wenn es euch gefällt. Hä? Habe ich jetzt außerdem geladen? Egal. Ah, ist der Boss nochmal? Ja, nein. Das ist ja nach dem Boss. Ja, ich glaube ich habe, das war wieder das XXX zum speichern und dann laden. Wollen sie wirklich laden? Okay. Lag gefällig schneller. Darf ich nochmal? Egal. Er hat ja gespeichert. So. Ja, wir haben ja gestern erst gespielt, deswegen haben wir noch ein bisschen Skill übrig. Alla die Level. Cool. So, fangen wir einfach wieder bei der Sex an. Was, Sex? Ja, es gibt keine Eins. Mhm. Oh, das kennen wir doch schon. Mhm. Ist wahrscheinlich jetzt ein schwierigeres. Wieso musst du uns immer ein Dorn im Auge sein? Wer? Was? Wo war ich? Oh, Tiny war ein guter Kerl. Er hat zwar alles jeden gehasst, aber er hatte dennoch ein gutes Herz. Sei in Zukunft bitte freundlicher zu meinen Handlanger. Oh. Oh. Toll nicht. Machst du eine Nitro Schaltkiste? Ah ja, das kennen wir auch schon. Aber Obaduga hat jetzt mehr Maserung. Ich glaube, er ist älter geworden. Er sieht nicht mehr so glänzig aus. Ich bin so glänzig. Oh, guck mal. Die Frösche haben schon auf uns gewartet. Oh, die sind so süß. Komm her, du. Ja. Du schaffst das Level in einem, 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 einem Try. Was? Setzt mich nicht unter Druck. Oh, Obaduga. Ja. Ja. Kaboom, hast du das gesehen? Oh, das war geil. Ja, ne. Oh, die Frau. Ey, Quarky. Kann ich dich irgendwie ziemlich drunocken? Ich glaube nicht. Geh weg. Oh, da ist noch ein Oberflug. Der dreht sich. Oh mein Gott. Nein. Oh. Oh mein. Verdammt, war ja sowas von... Oh mein Gott. Harry Potter. Nein, das ist... Das ist... Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen? Ey, das ist Dumbledore. Hast du dir den komplett in sich aufgelöst? Ich habe... Ah! Da wollte ich nicht draufhüpfen. Ich habe ihn gewirbelt und dann ist er verschwunden. Wo ist sein Huhn und sein Stab blieben zurück? Ich habe jetzt nichts mehr gesagt, weil ich wusste, es wäre zu spät. Was machst du da? Ich will die Sprungkiste haben. Dann spring doch drauf. Mach ich doch, aber vom Wasser geht das irgendwie nicht. Ach so. Irgendwie will das nicht. Harry Potters Vater. Jetzt sind wir wieder beim Harry Potter. Hm. Schwingle einen Zauberstab. Also das war ja auch ein Magier. Oh, der ist so süß. Der ist so süß. Okay. Wow. Okay. Ganz viele Kisten, geil. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Das sind noch mehr Frösche. Ich glaube, die haben hier gerade eine Frogbelage. Guck mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was hast du getan? Scheiß drauf. Wir sind gut. Du hast das flauschige Ziegentierchen weggeschleudert. Na und? Oh was auf, der ist ein riesen Schwert, der kann gar nicht damit umgehen. Guck mal. Ja. Wo steckt ihm das fest im Boden oder was? Wow, was suchst du? Ich habe den Brutt gemacht. Nimm den Zauberstab mit. Du musst ihn jetzt nehmen. Gar nicht nicht. Ich bin Nahkämpfer. Ich habe die falschen Stats dafür. Die falschen Stats. Ja. Kann ich da rüber? Oh je. Schade. Nein, ich glaube nicht. Aber rechts in der Brücke war doch ein Loch, oder? Jetzt bin ich verwirrt. Muss mal gucken gehen. Ja. Da. Siehst du? Aber dann kann man nicht durch. Okay. Aber da hoch vielleicht? Nein, ich glaube nicht. Schade. Das ist einfach nur zum angucken. Nur zum gucken. Mit Augen. Guck es dir nicht anfassen. Mann. Eine Gucke. Was tust du? TNT, lauf! Ja, aber ich habe die Dinger eingesammelt. Was ist eine TNT? Das ist für lang, Junge. Oh, pass auf. Elvis Dumbledore. Da ist er wieder. Haben die das? Wow. Ich glaube, die sind alle manipuliert, die Menschen. Ich glaube, das sind so Gehirnwaschbrillen, die die anhaben. Ach so. Ja, das wird das erklären. Wappet hat das Gefühl. Ja, 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 ja. Er hat mich nicht gesehen. Ja, ja. Er hat mich verbreitet. Da bin ich gesehen. Ah, hier. Ich rasche hier durch. Mach alles kaputt. Alles. Und verbrenne mir den Mund an den heißen, äh, scharfen Chips. Was scharfe Chips? Ja, die sind scharf. Ich mun wehe im Mund. Ich hab lecker Kekse. Und lecker Toffifee. Wie das immer das Bonuslevel spoilert hier. Gell. Hast du die schönen Kirchenfenster da oben gesehen? Aus Kirschen? Nein, die Kirchenfenster. Kirchen. 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 Ich kann den Unterschied nicht aussprechen. Kirchen und Kirchen. Kirchen und Kirchen. Nein. Sie sprichst mir einfach Kirchen falsch auf. Aber Kirchen hört sich doof an. Okay. Kirchen sind auch doof. Kirchen sind auch die mit den Priestern. Äh, wir haben keine Priester, wir haben noch Pfarrer. Es ist doch dasselbe. Wer schalte ich mir hin? Ja, ja. Also das mit dem Geistesgestörten ist die Kirche. Ja, genau. Gut. Bist du auch auf die andere Küste gesprochen? Ja, klar. Ich bin auf alle drauf gehüpft. Und Kirchen sind die leckeren. Aber in der Kirche gibt es immer Oblatten und sonst. In der Kirche. Und Fake Wein. Ja, ja. Ja, genau. Mit den Geisteskirchen, das ist die Kirche. Ja, ja. Da gibt es immer Fake Wein. Und Kirche ist die zum Essen. Oblatten. Die leckere. Oblatten. Hey, ich war doch dran, oder? Ja, du hast das Bonuslevel gemacht. Ich habe dich das machen lassen. Ach so. Du vergisst das immer. Ach so. Ich lasse dich doch immer, weil ich so lieb bin, an das Bonuslevel. Ja, ich vergesse das immer. Ja. Ist halt so, finde ich damit ab. Ich kann damit leben. Mhm. Ja. Ja. Die haben keinen Skill. Definitiv. Die wissen nicht mal, wie man ein Zweihandschwert benutzt. Ah. Oh. Ah. Wenn du jetzt stirbst. Okay. Die Levels sind echt einfach. Boah. Nicht hier zurückkommen. Nein. Okay. Ich bin so toll heute. Warum sind die Levels so einfach? Warum? Sind sie nicht? Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Wäre ich auch wahnsinnig gut. Auf einmal über Nacht. Ich bin wieder da. Hey. Wo warst du denn? Gut und dir? Wie geht's? Was? Uns geht's super und wir sind mega gut. Lustig, wie da oben drei steht und hier steht fünf. Sechs sogar. Oh. Oh. Ne. Yeah. Diesmal nicht auf den Arsch oder auf den Ohr gezogen. Hast du dich schon gefragt, wie es ihm geht? Ja, hab ich. Oh, ein Aladdin Level. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Aber egal. Die erste Kiste Bonus Level haben wir übersehen? Ernsthaft? Wer hat dann das Bonus Level gemacht? Ja, du. Etwa nicht? Nein. Oh, die gibt's glaube ich auch bei Nacht, die Level. Da sehen sie sehr schön aus. Aladdin! Ja, dachte ich mir auch schon. Oh yeah. Aber ohne Tuch. Oh yeah. Guckst du dir an. Oh, ist das so ein Messerwerfer? Die schießen auf dich. Der hat ein Messer, ne? Wow! Ne, der schießt nicht auf mich. Der übt sein Skill hier. Hila! Dingo, du brauchst den Käfig. Ich weiß, dass du da bist. Aber er will Aufmerksamkeit. Ja, Dingo mein Gott. Was ist los? Boing. Hey, Levis waren ja gar nicht so übel. Was ist das denn für einer? Oh mein Gott! Dingo, ganz vorsichtig. Soll ich dir helfen? Da ist ein Teppichpupser. Komm, das schaffst du. Vorsicht, Vorsicht. Ja, das ist fein. Ja, ich hab den Teppichpupser gekillt. Das ist nicht gesehen. Nein, Dingo hat versucht, die 1,50 Meter hohe Tür hoch zu költern und ist nicht mehr hochgekommen. Ja! Und hat nicht gewusst, wie man runterklettert. Komm, Oberdorfer, wir schaffen das. Wir sind ein Team. Dingo? Oh mein Gott, wer ist das denn? Das ist ein Checkpoint. Nein, guck dir das an. Oh, das ist ein Affe. Ich will ihn nicht bringen. Aua! Sag mal, spinnt der? Ich will ihm nichts antun, damit seine Vasen nicht kaputt gehen, hey. Der will die bestimmt noch auf den Markt verkaufen. Er spielt noch nicht drauf. Ich glaub, wir müssen gleich die Rate mit rausholen hier. Dingo ist total aufmerksamkeitsbedürftig. Guck dir das an! Er will doch bloß Multivetaminpaste. Das könnte auch sein. Ja, er ist früher so gierig danach. Er wollte sich unbedingt haben. Tja! Oh Gott, hast du das gesehen? Das ist verpasst! Geil, das hast du gut gemacht. Ich guck im Stream. Nein, du hast... Was der gemacht hat. Ich guck im Stream. Ja, guck dir das an. Das ist mega süß. Ist doch schneller laden, sonst siehst du es nicht. Oh, da ist noch ein Checkpoint. Wow, der hat alles kaputt gemacht. Hast du deinen Affen gesehen? Ist das ein Skorpion? Ja. Der ist weggeflogen, hat alles kaputt gemacht. Ein Skorpion? Mhm. Und da hinten ist einer auf dem fliegenden Teppich. Mhm. Sie noch nicht gesehen. Mach ihn kaputt, mach ihn kaputt! Ah! Okay, alles gut. Jetzt kann ich mich entspannen. Oh ja! Mano! Mach ihn doch! Er ist noch nicht da. Hey! Oh cool! Guck mal, was der macht. Ich bin ein Flaschengeist. Aber den kann man schon kaputt machen, oder? Ja, ich denke schon. Ja, hab ich doch schon. Zweimal. So einen fliegenden Teppichmann? Ja! Ah! Ich hab ihn Teppichpupser genannt. Oh. Ich war mit Dingo beschäftigt, weil der fast das ganze Ding runtergefallen ist. Boah, hab das so gut gemacht. Boah, hast du geil gemacht. Guck dir den Teppichpupser an hier. Ich hab kaputt gemacht. Ah! Boah, Krabbi! Gibt es ein Skorpion-Pokémon? Weiß ich jetzt gar nicht. Glaub nicht. 69 Wubass! Oh Gott! Nein, wir fangen nicht wieder mit dem Thema an. Aber ist doch ein Bonuslevel, oder? Mhm. Guck mal. Crash der Genie! Oh yeah! Brauchte noch ein passendes Outfit dafür. So, jetzt droppen wir hier mal. Oh, hier! Jawoll! Jawoll! Das hast du dir gut gemacht. Oh, das können wir hinhauen. Oh yeah! Das ist gut. Ja, der Tricks hier. Der Tricks gefrühstückt. Heute bist du echt viel zu gut für das Spiel, ey. Ich hab den Tricks gefrühstückt. Was? Wir haben ihn put put gemacht. Den Teppichpupser. Oh ja. Den haben wir jetzt gezeigt. Wow. Der Teppich ist halt eine Art der scheiß Qualität, ne? Wow. Hä? 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 Oh! 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 Jetzt! Oh! Verkackt! Fies! Das war bestimmt eine Lebenskiste. Wieso haben wir denn da jetzt hoch? Das war bestimmt eine Sprungkiste, oder? Ah, okay. Man schafft das so. Ja, aber die eine Kiste da unten kriegen wir nicht. Genau. Voll verkackt hier. Eine? Es fehlt sogar noch eine. Achso, ja stimmt. Die, die wir jetzt hätten kaputt machen müssen. Ja. Egal! Egal. Was denn? Pionscora ist ein Skorpion-Pokémon. Ach, Pionscora kenn ich gar nicht. Hm. Seltsam, was es alles gibt. Ja, das ist süß mit dem Pokéball. Das hast du, glaub ich, gestern schon erzählt. Mit der Rubin-Fission. Oh, wir wussten nicht, dass man da Spiele reinlegen kann. Das hast du uns verheimlicht. Ja, das hat er. Mhm. Das nehme ich übel. Sonst wär ich nämlich eifersüchtig geworden. Oh ja. Komm schon, komm schon. Er will uns bloß manipulieren, damit wir sterben. Huah. Kannst nicht sehen, dass wir so einen guten Rand dahin legen. Ja, wir sind so mega gut gerade. Ja. Ich sollte mir nicht zu laut sagen. Das ist ja mies. Oh. Pass auf. Lass ihn lieber. Oh Gott. Lass. Oh. Ich bin dran. Das ist aber unfair gewesen. Hm. Ich hol nur die unteren. Oh. Hä? Ach die. Okay, die geht kaputt, sobald sie sich bewegt anscheinend. Oder? Nee. Schaff nicht. Okay. Geh einfach weiter. Geh einfach mal an unsere Leben. Die brauchen wir vielleicht noch. Lutsch durch. Geile Idee. Woo. Nein, keine gute Idee. Haha. Ah. Das ist göttlich. Zieh einfach weiter. Genau. Das ist gut. Oh yeah. Oh. Oh. Das ist so schön. Eigentlich will ich so nein. Ich geh einfach weiter. Ja, Korn, Korn. Gib doch noch ein bisschen an hier, du Pfosten. Äh. Pfosten. Ich wollte Pfosten sagen. Eindeutig. Komm schon. Kiste. Kiste. Boah. Du schaffst das. Ja. Wow. Oh je. Der arme Affe. Mann. So gehen die kaputt. Guck. Die Nitro wird wahrscheinlich die anderen beiden fetzen. Ja, wahrscheinlich. Also, hoffe ich mal. Du kannst ja zurück hochgehen. Nee. Hier, doch nicht zurück. Das ist voll gefährlich. Boah. Du Teppichpupser, geh weg. Hui. Oh. Wir haben es geschafft. Uns fehlen vier Kisten. Fast aber nur fast Chaos. Tastatur spart rum. Das tut mir leid. Ja, gestern der Stream. Heute die Tastatur. Wie, war da kein Juwel? Nein. Wie viel hat gefehlt? Vier. Ui. Vier. Naja, stimmt. Die zwei aus dem Bonusland und die zwei ohne Nitro. Ja, klar. Ja. Wir können das sogar nachvollziehen, was fehlt. Ja. Wie viel war das? Das war die... Das ist in der Mitte, glaube ich. Kannst du nochmal draufhüpfen auf die Tasten? Das war das, oder? Ja, als Sache. Und jetzt kommt das da? Mhm. Oh yeah. Yeah. Ja. 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 Ja.